Ich bin Evelyn Lönch vom Label Augenweide und ich habe so gedacht, dieses Außergewöhnliche unterstreicht auch unsere Marke, weil wir außergewöhnlich sind und ich denke, das passt auch jetzt ganz gut. Musik Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Glücks. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können. Musik